Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Ihr habt doch einen an der 250 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker, zwei Vanilleschoten, eineinhalb Liter Milch, drei Eier, 100 Gramm weiche Butter. Das merke ich mir! Das lade ich auswendig! Das ist geil, das sag ich jetzt immer! Zu versuchen herauszufinden, warum sie sauer ist, ist wie Topfschlagen auf einem Meme-Feld. Hab gerade in einer großen WhatsApp-Gruppe Thomas zum Geburtstag gratuliert. Jetzt gratulieren ihm alle. Wir haben bloß kein Thomas in der Gruppe. Die Autokorrektur treibt mich noch irgendwann in den Wahnsinn. Achso! Die Autokorrektur treibt mich noch irgendwann in den Warenkorb. Habe heute Klopapier aus der Arbeit mitgelassen. Wollte später noch die Möbel schleifen. Gestern ist jemand in den Supermarkt eingebrochen und hat 30 Dosen Red Bull geklaut. Ich frage mich, wie solche Leute nachts schlafen können. Wieso haben Paketdienste eigentlich so große Autos? So viel wiegt ein gelber Zettel doch gar nicht. Du weißt, dass du hässlich bist, wenn ein Gruppenfoto gemacht werden soll und man dir die Kamera gibt. Alle elf Minuten verliebt sich ein IS-Terrorist beim Ziegenhüten. Sie paar hufen jetzt. Es ist verboten, Laserpointer auf Flugzeuge zu richten, weil sonst möglicherweise eine Katze angreifen könnte. Bist du durchgeknallt? Nein. Soll ich dich durchknallen? Ich bin eine Raupe, du bist ein Reh, ich werde ein Schmetterling, du zum Filet. Flirtregel Nummer 1. Egal was du dir ausrecken kannst und wie cool es aussieht, sie will es nicht sehen. Ich will ja nicht, dass wir gleich knietief in Muschiwasser stehen, aber ich habe einen Org-Magier Stufe 85. Wow, ich sehe, Gott hat dir alles gegeben. Außer meine Handy-Nummer. Timmy 9 am Frühstückstisch. Wenn man bei Eier das E durch B ersetzt, dann heißt es Bier. Papa war noch nie so stolz. Was darf ich dem hübschen Pärchen noch bringen? Wir sind nur Freunde. Dann bring uns bitte getrennte Rechnungen. Ich bin ja für Organspenden, weil wenn ich einmal tot bin, kann sich ein Elefant über einen neuen Rüssel freuen. Es gibt drei Arten von Menschen. Erstens Amazon, zweitens Amazon und drittens Amazon. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Masterjam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.